So mache ich mich bei Reisen als Model bettfertig. Als Model bin ich super viel unterwegs und fliege auch viel und deshalb ist mir eine Routine wichtig. Abgesehen vom Zähneputzen schminke ich mich immer ab, bevor ich mich im Flugzeug schlafen lege und benutze dann wie immer mein Serum von Estee Lauder. Das Serum arbeite ich in die Haut ein und nutze danach noch eine Augenpflege. Meine Lippen trocknen schnell aus, deshalb habe ich immer ein gutes Lippenprodukt mit dabei. Welche Produkte ich noch benutze, zeige ich im Teil 3.